Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Plants vs. Zombies Wir machen einfach da auf wo wir aufgehört haben Ne, falsch, wir machen da weiter wo wir aufgehört haben, so rum Ist nur natürlich immer die Frage was man so alles mitnimmt Oh, sieht wohl ganz in Ordnung aus Achso, ich habe noch einen Platz, okay, was nehmen wir denn noch? Nehmen wir unser Matschi Matschi Bin ja mal gespannt ob wir heute das Level schaffen Das letzte Mal hat ja nicht ganz so toll geklappt Mehr Sonnenlicht Wir brauchen mehr Kann ich auch wieder eine Sonnenblume jetzt langsam pflanzen Gehen wir gerade ein bisschen auf die Nerven Aber hey, was soll's Genau deswegen Ich weiß nicht, ob wir das Einträgen Ähm Ah, das sollte gut kaputt gehen Hoffe ich No, das sollte gut kaputt gehen Hier im Pool habe ich noch überhaupt keine DEV, das ist natürlich kacke. Hier ist auch noch keine DEV, aber die kommt jetzt. Na komm. Hier im Pool. So, das ist auch schon mal sehr gut. So, das noch nicht so gut ist, ist das da, aber Hurray! Ich will jetzt warten, bis der Matschküppel wieder ready ist. So. Ähm. Jetzt sind schon große Nester hier. Phänomenal. Phänomenal. Okay. Okay. Ähm. Not gut, not gut. Das ist auch nicht gut. Okay, aber er hat es geschafft. Ähm. Ja. Ja, die zwei sind jetzt auch gleich kaputt, genau. Ich bin aber gespannt, ob meine Verteidigung hier aufgeht oder nicht. Das sieht aber noch nicht so aus. Ach Gottchen, die zweite Welle bereits. Ja. 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 Das ist natürlich auch gut, kommen immer dann, wenn man sie gar nicht gebrochen kann. Oh, kacke. Falsch platziert, shit. Na super, genau. Oh, kacke. Ah, gottchen, jetzt kommt gleich die dritte Welle. Okay. 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 Not bad. Ach, dann halt nicht. Okay. Need more Pflanzies. Alter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, genau. Das sieht doch ganz ordentlich aus, würde ich jetzt behaupten. Ja. Sollten die alle hinbekommen. Hoffe ich. Sonst muss ich gucken. Doch, das passt. Hooray. Hallo, wir haben von deiner Poolparty gehört, finden wir lustig. Wir kommen rüber. Herzlichst die Zombies. Ja. Viele, viele, viele Zombies. Ja. Viele, viele, viele Zombies. Ja. Ich habe hierher gehört, man. Ja. Ja. ich hoffe dass die taktik jetzt hier aufgeht die ich da fabriziere kann natürlich auch sein dass die jetzt kompletter bock misst es ja das sieht ganz gut aus bis jetzt köln fällt zwar das dann noch nicht aber kann ich jetzt gerade auch nicht ändern wir sind die lanes hier ziemlich gut gerade ja super ja ja das ist natürlich kacke hier das ist so richtig kacke die nächste welle ich würde hier noch mehr das haben wollen irgendwie sagen die so nö grad nicht hey endlich mal eine death aber das sieht so schön aus okay okay die letzte welle oh gott so das war es auch schon tschüss so 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 so